Die neue Akkuschauer Drain E Plus ist jetzt noch einbaufreundlicher. Die neue Duschrinne hat eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette und ermöglicht so eine direkte Einbindung in die Verbundabdichtung. Zusätzlich hat der Rahmen der Akkuschauer Drain E Plus Diffusionsöffnungen. Diese erlauben optional Sekundärwassereinleitungen oder aber auch, falls das nicht gewünscht ist, das Verschließen durch die Abdichtebene. Zusätzlich hat die neue Akkuschauer Drain E Plus neue innovative Designroste zu bieten und ergänzt somit perfekt das Duschrinnenprogramm von Akkuschauer Drain E Plus.